Es ist in jedem Jahr ein Moment voller Spannung und Lampenfieber, wenn wir Ihnen erstmals das aktuelle Sortiment präsentieren. Seit Monaten haben wir daran gearbeitet. Von nun an entscheiden unsere Sammler, Liebhaber und Fans, ihre Kunden über den Erfolg. Der Frühling mit Wendt und Kühn sorgt für gute Laune und weckt Vorfreude auf Ereignisse, die im Familien- und Freundeskreis wieder gemeinsam erlebbar sein werden. Noch wissen wir nicht, was die Zeit bringen wird. Doch fest steht, was wir benötigen. Ideenreichtum und ein Sortiment, das wiederum mit Freude und Begeisterung aufgenommen wird. Gefertigt nach den Grundsätzen einer Manufaktur, die bleibende Werte schafft und erhält. Mit einem zeitgemäßen und zukunftsweisenden Anspruch an Qualität und Design, an Perfektion im Handwerk und dem innewohnenden Gedanken der Nachhaltigkeit. Mit interessanten Wiederauflagen, exklusiven Einzelstücken und weiterentwickelten Serien möchten wir in diesem Jahr die ersten Akzente setzen. Mit Szenerien, die Liebe, Zuneigung und Ruhe ausstrahlen. Mit der wunderbaren Einladung innezuhalten, zu träumen und schönen Gedanken nachzugehen. Die ersten Neuheiten des Jahres sind klangvoll, zaubern ein Lächeln ins Gesicht, inspirieren zu frischer Dekoration und stilvollen Geschenken. Deiner Neuheiten des Jahres mit Copa und Geschenken. Deiner Neuheiten des Jahres-Lewerschisser Dekoration und Stilvolle Deiner Neuheiten des Jahres-Lewerschissers Dekoration und Stilvolle